Für den Fall einer Verstopfung haben wir eine extra Düse, die mit einem Moosgummi wunderbar den Ausguss abdichtet. Wird einfach auf die Turbodüse gesteckt. Wichtig ist, eventuelle Auslässe mit irgendeinem Tuch, mit einem Lappen abdichten. Auf den Ausguss gehen, auf den Siphon und einfach mal durchblasen. Wir reinigen damit das komplette System unter dem Waschbecken. Sie sehen, hier dampft es auch ordentlich raus. Also, Wump! So, wie wir sehen, läuft das Waschbecken einwandfrei ab. Untertitelung des ZDF, 2020